hier wird das wasserkackteil die kiste kann ich ja von hinten nicht dahin nur das aber hoch kommt man hier nicht ja das ist ein Rätsel how can I do that schribbe trupper drrung schrubbetrung schrubbetrung Aber wir schieben das Ding einfach mal weiter. Und jetzt hier aber auch nicht viel mehr. Und jetzt? Ja, runter da. Ja, erzähl. Ich sag, du musst das Ding jetzt. Da hoch, damit es hochgeschleudert wird. Nein, du musst es schwingen. Ja, das sag ich. Das linke Ding, du musst es schwingen. Mach die Kiste rechts hin. Bist du sicher? Ja. Okay. So, jetzt schwing das Teil. Schwing das Ding. So, und dann, wenn es zurückkommt, muss es so machen, dass wir dann nach unten fernbleiben. Weißt du, dass es da drauf liegen bleibt. Wenn es... Nein. Warte, das war es irgendwie so, dass du das als Gegengewicht hast und die Kiste dann schwingen kannst. Dann musst du doch die Kiste nach links. Dann muss es so weit runter besser, dass es da hinzu ist. Bis oben bleibt. Damit du die Kiste hochkommst. Genau. So, jetzt schwingst du es hin und her. Und wenn es den Hinn auf der Höhe ist, muss es ja auch die Hinn auf der Höhe machen. Bist du wie meinst? Du bist ja sehr gut. Jetzt kommt Wasser. Genau, perfekt. Ich denke mal... Äh, die Kiste will ich weiter wecken. Und wenn du nach rechts zu dir, wenn du mal schauen kannst. Richtig. Schwing dein Ding. Oh. Jetzt kommen die ganzen Babyspinnen, ne? Nö, nö. Uh. Ja, da kommen wir gar nicht hoch. Das ist viel zu hoch. Alter, das wird schneller. Oh. Meinst du, man muss auf beide? Ja, okay. Mann, ist doch dödlich, ey. Diese kotige... Nein! Nein! Kacke! Kacke! Mann, ey. Ey Mann ey. Jo. Das war haarscharf, aber richtig. Boah. Nee, da wir... Scheiße. Ein komisches Alienviech. Oh. Alienviech. 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 Ja. Aber knapp. Ne. Ja. 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 Das war... Ein komisches Insekt, das Menschen frisst. Reicht das? Kann man da durch? Bestimmt gar. Nö. Ich dachte, ich bin schon fast am Ende. Nein, könnte ich nicht mit ihm ausstecken. Okay, go. Nein, könnte ich nicht mit ihm ausstecken. Ich glaube, ich muss jetzt mal rüber. Okay. Come on, come on, come on, come on, come on. Ich bin schon fast am Ende. Oh, okay. Ich finde, ich bin schon fast. Ich bin schon fast am Ende. Nein! Böhm! Ist da eine Kiste? Vielleicht muss man noch eine holen. Oh, man muss noch mehr holen. Dann ist es da unten voll. Could it be? Wissen, warum sollte ich denn da das aufmachen? Damit ich die Kiste runterschieben kann. Boah, der klettert wie eine kleine Spinne, wa? Die Ötzi-Bützi-Spinne, die krabbelt. Kenn ich nicht mehr. Okay, mehr kann man nicht holen. Die Ötzi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi. Die Ötzi-Bützi-Bütze-Billi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bütz-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bütz-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi-Bützi». Wiss ich denn was kommt mit seinem Auto belچen 아닌 Herrn. ich bin ja auch ein Vollhorst egal, es weiß mir wie es funktioniert das ist doch so schwierig, dass ich so schwierige Schülchen Sachen reinmachen ich bin rüber gesprungen, ich kann ja einfach ziehen oha bist du? so, weiter geht's was ist das Spiel? was? 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 genau so wie man es machen soll ho 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 wofür ich die Kiste mit drauf nehmen? Ja, oder? Kann sein. So, da schieben wir mal. Naja, war ich ja wieder runtergefallen. Warum kann ich denn nicht nach links laufen? Einfach dran ziehen. Kräftig dran ziehen, Junge. Schaffst du da. Achtung, nein, 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 nein. So.